Meine Ziegenmenohrhose an, hat eine bisschen modische Stickerei in einem Dunkelhut gehalten, natürlich abgestimmt wieder mit der Sandbeste und einem klassischen Karolim. Darf ich uns beide mal unterstreichen? Wir sind auch alleine. Ja, ich würde gerne. Hast du dir eben gebacken? Ja, hast du doch gesagt? Ja, ich habe es auch noch. Noch ein Blick weiter, schön ein bisschen eher zusammen. Die Köpfe müssen leer. Genau, so schön. Und jetzt hier rein. Gut, sollen wir so weit? Dann machen wir weiter. Okay, danke. Wo ist denn der Sven, der so eine Bedeutung ist? Also, jetzt darf ich euch zuerst mal die Frau Söhl vorstellen, unsere glamouröse Designerin, wie man schon sieht. Einige von euch kennen sie ja schon. So, Hermann, da machen wir noch ein bisschen zu machen. Wie wir hierher nehmen. Kuscheln, ja. Kuscheln? Großen Schritt. Ja, schön. Traurig, ja. Ich habe den großen Schritt in den rechts. Großen Schritt da. Ja, genau. So, weil der große Mund ist, dass man noch ganz kuschelt ist. Und einmal hierher, bitte. Und einmal hierher, bitte. Und einmal hierher, bitte. So. Und hierher, bitte. Und hierher, bitte. Astrid. 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 Und noch mal hierher, bitte. Und noch mal hierher. Und noch mal hierher. Ihr seid rein, noch mal beide. So. Einmalgebringung, noch beide hier. Astrid. Astrid. Ach, ach, ach. Ach, ach. Jungs, ja. Ja, jetzt haben wir es parallel. Und da auch einfach hierher schauen uns nach. Also, jetzt schauen wir noch mal rein. Hier, drei, zwei, zwei, drei, zwei. Eine gute Nacht, bitte. Wir werden von euch beiden. Ja. Wir werden von euch strahlen. Ja. Weiter nach links, komm mit. Und schicken. Wir sind halb Meter früh. Und jetzt mit dem halben Meter nach links, sonst haben wir die Kiste rein. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp, stopp, stopp. Okay. Ah, sorry. Macht nichts. Okay. Tut mir leid. Für uns, oder? Achsel, in die Mitte. Achsel, in die Mitte. Achsel, in die Mitte. Achsel, in die Mitte. Könnt ihr ein Stück weiter da rüberkriegen, dann steht das. Und einmal hier, ja. Und weiter kommen mit sechs. Eins weiter, acht, sechs, sechs. So, eins weiter. So, eins weiter, hier, ja. Und nebens mal richtig schön ran an den jungen Herren. Ja, fertig. Ich bin da. So bleiben. So bleiben. So bleiben. So bleiben. So bleiben. Ich bin da für college. Danke.